Aber hat Derry das gerade richtig verstanden? Das gibt's doch nicht! Er muss sofort Smilla davon erzählen! Smilla, Smilla, die Vögel sagen, es passiere etwas Seltsames im Stadtpark. Um das wiederzugeben, was er gehört hat, nutzt Derry die indirekte Rede. Die indirekte Rede kannst du immer dann nutzen, wenn du eine Äußerung eines anderen Sprechenden wiederholen möchtest, ohne sie wörtlich zu wiederholen. Der originale Wortlaut wird hingegen in der direkten Rede wiedergegeben, die auch wörtliche Rede genannt wird. Der Satz, den Derry gehört hat, heißt in der direkten Rede, hier passiert etwas Seltsames. Mithilfe der indirekten Rede berichtet Derry zwar aus der eigenen Perspektive über das Gehörte, übernimmt aber die Aussagen der Vögel so genau wie möglich. Dabei muss er alle Hinweise auf Personen, Ort und Zeit an die eigene Perspektive anpassen. Aus hier wird im Stadtpark. Weil er die indirekte Rede nutzt, macht Derry deutlich, dass es sich nicht um seine eigene Äußerung oder Meinung handelt. Er wiederholt schließlich nur das, was er vom Gespräch der Vögel auf der anderen Parkbank belauschen konnte. Was hat er dabei eigentlich noch gehört? Sie vermuten, die Polizei hat das Gelände bereits durchsucht. Weißt du, wie diese indirekte Redewiedergabe in der direkten Rede lautet? Die Polizei hat das Gelände bereits durchsucht. Der Redebegleitsatz der direkten Rede steht hier links vor dem Doppelpunkt. Häufig nutzt man im Redebegleitsatz Verben des Sprechens, wie zum Beispiel Sagen oder Behaupten. Oder Verben der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung, wie zum Beispiel Hören, Hoffen oder eben Vermuten. Außerdem erkennst du die direkte Rede immer an den unteren und oberen Anführungszeichen, die die Aussage einschließen. Bei der indirekten Rede wird in einem einleitenden Satz gesagt, wessen Äußerung wiedergegeben wird. Mit sie sind hier natürlich die Vögel gemeint. Die Wiedergabe der Äußerung erfolgt dann in einem Inhaltssatz. Wie du siehst, wird in der indirekten Rede häufig der Konjunktiv 1 genutzt. Wenn du mehr über den Konjunktiv 1 erfahren möchtest, schau dir unbedingt unser Video Konjunktiv 1 Bildung und Verwendung an. Aber wovon haben die Vögel eigentlich gesprochen? Was geht im Stadtpark vor sich? Sie sprachen davon, dass es viele Betroffene gegeben habe. Sie fürchten, sie seien selbst betroffen. Außerdem haben sie gesagt, dass Leute verschwinden werden. Kein Wunder, dass Dery so aufgeregt ist. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Schauen wir uns Dery's Berichterstattung in der indirekten Rede mal genauer an. Welche Zeitformen wurden in diesen Sätzen verwendet und warum? Zuerst musst du wissen, dass der übergeordnete Satz in einem beliebigen Tempus stehen kann. Der Gebrauch des Tempus im Nebensatz mit der indirekten Rede ist abhängig davon, ob das Gesagte vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig ist. Dementsprechend brauchst du den Konjunktiv 1 Perfekt, den Konjunktiv 1 Präsens oder den Konjunktiv 1 Futur. Zur Erinnerung Der Konjunktiv 1 hat nur eine Vergangenheitsform, den Konjunktiv 1 Perfekt. Haben Sie gesagt, ob Sie etwas Schwarzes gesehen haben? Smilla, woher weißt du das? Bevor wir das herausfinden, hier nochmal das Wichtigste zur indirekten Rede. Wenn man die Darstellung von Ereignissen aus der Sicht anderer wiedergibt oder gar deren Meinung und Wertung zitiert, dann will man das auch deutlich machen. Eine Möglichkeit, die Aussagen einer anderen Person wiederzugeben, ist mithilfe der indirekten Rede. Bei der indirekten Rede wird in einem einleitenden Hauptsatz gesagt, wessen Äußerung wiedergegeben wird. Die Wiedergabe der Äußerung erfolgt dann in einem uneingeleiteten Nebensatz im Konjunktiv 1 oder in einem Das-Satz im Konjunktiv oder Indikativ. Beim Umwandeln von der direkten in die indirekte Rede muss beachtet werden, dass man eventuell Pronomen sowie Orts- und Zeitangaben und gegebenenfalls auch die Verbform in den Konjunktiv 1 ändern muss. Während der übergeordnete Satz in einem beliebigen Tempus stehen kann, hängt der Gebrauch des Tempus im Nebensatz mit der indirekten Rede davon ab, ob das Gesagte vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig ist. Mann, Derry, hast du mir gerade das Staffelfinale gespoilert? Die beiden Vögel haben wohl über das spannende Staffelfinale einer neuen Serie gesprochen. Gebrauch des Tempensatz mit dem Gebrauch des Tempensatz mit der Entspensatz, die einen der Schlemediata des Tempensatz mit der Tiepensatz mit dem Gebrauch des Tempensatz mit der Amnes Untertitelung des ZDF, 2020